Okay, er kommt. Oh nein, von der anderen Seite. Das war eine Aktion. Wörtlich könnte man bei Mac Thomas ja sagen. So, jetzt müssen sich die beiden Herrschaften noch bereit machen, dann geht's los. Also, ich muss sagen, bei mir hatte die Runde einen sehr, sehr großen Haken. Ja, das stimmt. Okay. Ready. For take off. Jetzt bringt's eh nichts mehr. Stimmt. Aber es wäre ein Zeichen für uns gewesen. Teamwork. Ah ja. Nicht dabei. Das ist ein Teamspiel, das sollte man vielleicht... Oh. Leere Muschelschale. Leere Muschelschale. Die Frage ist, was ist ein Killer-Opfergabe oder ein Überlebender? Schade, ich hätte gerne wieder so einen dichten Nebelschleier gehabt. Ja, dichter Nebelschleier wäre schöner. Man kann das ja mal kurz sagen, wir haben eben noch eine Runde aufgenommen, aber die war noch kürzer als die erste. Mit einem dichten Nebelschleier, deswegen lassen wir die weg. Aber jetzt sind wir immerhin zu Hause. Äh, ich hoffe nicht. Alter, gestört. Ich würde hier eigentlich nicht hin. Ich hab's jetzt aber noch nichts gehört. Ups. Oh, hi. Wieder vereint. Ja. Deutschland hat's euch wieder vereint. Pass nur auf, den Generator hab ich gerade angefangen und in die Luft gejagt. Also von daher... Oh nein. Aber wir wissen schon mal Bescheid. Super. It's Michael time. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wenn er kommt, dass er kommt. Stimmt. Also ich muss diese Kombination mit den... Michael-Lead-Ons und, äh... Unendliche Diabolik 3 und sofortige Tösung durch Diabolik 3 mal an euch ausprobieren. In einem privaten Match. Finde ich nicht so schön. Ja, ich muss mal schauen, wie stark das ist, ob ich das für ein Multiplayer-Match nehmen kann. Ob von natürlich zweimal enorm erhöhte... Menge... Okay, ich seh Michael. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Kommt er in meine Richtung? Ich hoffe nicht. Nein, er kommt in meine Richtung. Ach, das ist gut. Ich muss gut auszuweichen. Ja, wo bist du, ist die Frage. Er scheint beschäftigt zu sein. Ja, ist er auch. Ich seh ihm zu. Du siehst zu, wie jemand tötet. Super. Oh. Oh. Schon wieder eine Palette ins Gesicht bekommen. Bestimmt schon ordentlich Kopfschmerzen. Ich glaube auch. Obwohl, der überlebt ja alles. Der überlebt ja Stürze aus Häusern und... ...und, äh... ...Kleiderbügel ins Gesicht und... ...ja, also wer die Filme gesehen hat, äh... ...der weiß das auch. Und Messer in den Hals, also alles gar kein Problem. Ach, für Michael sowieso nicht. Naja, er ist so eine Holzplatte, der ist ja lächerlich. Okay, hier stöhnt jemand rum. Dann ist das wohl Artic... ...Ach... ...Artic Wiff Waffen hieß er, glaube ich. Oh, kacke. Ich bin weg. Du bist weg? Ja, ich... ...ich wechsel den Generator. Ah, okay. Mein Pirk hat sie aktiviert. Das ist beruhigend, da kommt er. Der Arsch... So lange er vom Haus fernbleibt, ist das gut. Er geht gerade vom Haus weg. Aber es sah so aus, als hätte jemand gestalkt. Also ich fahre heute jeden Skill-Shack, ich muss es mal ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich suboptimal. Weiß ich. Ich bin gerade beim Killer-Haus und sabotieren den Haken. Da ist auch ein Generator drin. Der Keller ist nicht drin. Okay, dann ist der hier drin. Dann wiff es, sonst wäre kein Haken. Okay, der Killer kommt. Wohin? Ins Haus. Sag, wenn er umdreht. Okay, jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Okay. Jetzt scheint er weg zu sein. Oh. Hallo. Scheiße. Ich bin genau unser Sichtfeld gelaufen. Oha. Jetzt... ...messelt er um sich. Und wie? Okay, ich habe eine Chance. Er nimmt den anderen erst. Ich komme. Warte, 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 warte. Der ist noch hier. Er kommt. Okay. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Ich heile mich erst mal hoch. Obwohl, jetzt rennt er dem anderen hinterher, oder? Ne, jetzt ist er wieder, jetzt kehrt er wieder, er kehrt zurück. Egal. Oh, geht doch nicht egal. Hm, genau deswegen. Weil er jetzt nämlich weiß, wo ich bin. So, ich dachte, er wusste es schon. Nein, er wusste es nicht. Okay. Er ist an mir vorbeigelaufen. Recover dich fertig. Ich bin fertig recovered. Er kommt. Er kommt hinter dir. Hinter dir. Ich brauche eine Palette. Kacke. Echt blunder Baum, ey. Geh weg. Warum ist hier keine Palette mehr? Ja, ja, ja. Ich häng dann mal. Ja, du hängst ein bisschen ab. Aber er ist weg. Ich habe es gesehen. Ich muss hier nur erst mal weg. Okay, die anderen beiden gehen an den Generator. Ich komme zu dir. Hm, da hinten steht er wieder. Ne, da kommt schon einer. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, nö. Hallo. Hau ab, hau ab, hau ab. Wohin denn? Ich werde gut gehalten. Was? Warum? Keller. Hat er gefunden? Ja. Mist. Okay, er kommt zu mir wieder runter in den Keller. Er geht wieder hoch. Wo ist denn der Eingang? Ach, da hinten. Scheiße, ich bin genau auf ihn zugelaufen. Okay, er kommt. Oh nein, von der anderen Seite. Das war eine Aktion. Hast du das gesehen? Ja. Ich bin auf ihn zugelaufen und aber stand auf der falschen Seite. Zu geil. Hinten sitzt er. Wo sitzt er? Ne, er sitzt da nicht, er läuft. Er geht zum Killerhaus. Zum Killerhaus, okay. Aber zu geil, ich laufe auf den Zoo, hau die Palette runter, aber bin auf der Seite, wo er auch ist. Oh Mensch. Schlecht. So, hier ist noch ein Generator. Okay, die Generatoren hier sind fertig. Aber, was ich ja mal machen kann, wenn ich schon wieder drin bin, ich war ja noch nicht lang genug im Keller. Willst du jetzt hier dieses Zeit im Keller farmen? Nein, die Kiste durchsuchen. Denn hin kommt er. Gut. Solange er weit genug weg ist. Na, uhu, eine Taschenlampe. Gut. Oh, 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 oh. sehr schön ich habe euch da gerade laufen gesehen oh nein oh nein sie kommt hierher gerannt oh gott also auch schnell weg vor dem mich jetzt sofort niedersticht der hat er ist fast fertig da wo er jetzt ist ich sehe ihn Michael oder den Generator? Michael als auch den Generator er nimmt ihn nicht er nimmt ihn nicht oder? ja doch er zerbricht erstmal die ganzen Paletten ok lange nicht zu mir kommen sein Diabolik soll mal abklinken ich hoffe schnell geht doch wo bringt den denn hin? hier gibt es nicht mehr so viele A ja doch da hinten hm den habe ich nicht fertig sabotiert mein Werkzeugkoffer war mir dann doch zu wertvoll ach geil ey ok ok er kommt wieder er läuft dann wieder ins Haus ja das ist ok ins Haus kann er gehen ok wir gehen lieber zum anderen Haus ok der Killer kommt der Killer kommt wohin? er kommt gerade aus dem Haus raus durch den Haupteingang hm ich habe ja diesen Perk drinnen dass ich das sieben Sekunden lang sehe achso stimmt wir sind beim Killer Haus da ist der Ausgang ok ok ah da ist ein Ausgang ok und der ist gleich offen oh 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 da ist Killer der Ausgang ist offen ok ok sehr gut ich mache den anderen gleich auf wenn ich ihn finde der ist hinter der Klinik glaube ich ok ich habe ihn auf dem Schirm oh ja ich habe den Ausgang gefunden gut ich mache ihn auf lässt er den anderen liegen oder hat er ihn? er hat ihn ok ich sabotier gerade den Haken und ich glaube er bringt ihn genau dahin ja tut er aber er ist frei er ist frei ich hätte den Haken fast fertig sabotiert ohne Kiste sehr geil ok ok er kommt auf mich zu ja 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 warte warte oha ich gehe lieber mhm ich bin auch raus er stand direkt vor uns das war doch wenigstens mal eine erfolgreiche Runde er kommt das stimmt also für uns auf jeden Fall hehehe hey du hast bei mir keine Perks hehehe pfff ja ich habe zwar vier äh äh äußerst seltene aber ja ich habe keine Perks ne ja gut bei mir hat der Killer keine Perks bei mir auch nicht dann war es das mit dieser Folge ich bedanke mich herzlich für's zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin ciao ciao bye 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 m o